probieren wir einen Parkschein ich glaube schon alter nicht im ernst oder alter das ist okay wir sehen wir müssen sehr vorsichtig sein damit wir keine Tode bekommen es ist echt nicht leicht so und jetzt muss ich schnell Geld machen so sagen wir mal Auto ist noch da ja werde ich mich erstmal um Geld kümmern und dann gucken wie mein Auto besser aussieht ach eins hab ich noch vergessen der schnappi ähm Schnapporte Bauer Schnapporte Schnapporte ja funktionieren sogar beide noch das ist gut so 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 ich weiß schon wieder gar nicht über was ich reden soll so okay mal Endung vom Kanal habe ich erwähnt was jetzt in den nächsten Tagen beziehungsweise Wochen kommt habe ich auch gesagt ähm was wir noch kurz sprechen können ist wann die Videos kommen ähm so kurz hier ich meinetze das aus ähm ich muss wieder anstecken haben Funkkitzel und deswegen da fällt manchmal der Stecker raus und da muss ich den wieder anstecken ähm so und zwar ich muss gleich dann sagen wo war ich wo war ich denn dachte das gibt es nicht ich bin so leicht weg vom Thema ähm genau wann die Videos kommen und zwar werde ich ähm das Hauptprojekt das jetzt dann bald hoffentlich ähm ich hoffe auf die drei Likes weiß es bis jetzt nicht die Ausgang habe zwei einer von mir aber zwei Likes ist anscheinend schon schwer genug für meinen Kanal der ist jetzt nicht besonders groß ähm ja mal zu gucken hoffentlich geht das schnell und dann ähm ist das mein Hauptprojekt Spaceless ist kommt dann um 15 Uhr und ähm ja dann werden äh wird nebenbei noch einbeziehungsweise zwei Projekte laufen das bin ich mir jetzt noch nicht sicher das ist alles zeitabhängig ähm ich werde jetzt erstmal Spaceless Ideas machen und SMP und wenn es gut läuft dann mache ich auch noch nebenbei ETS 2 werden zwei Projekte am Tag so und zwar kommt ein Projekt um 15 Uhr das Hauptprojekt wie gesagt so dann das zweite Projekt das wäre in diesem Fall SMP kommt um 18 Uhr und ja das dritte Projekt falls ich es dann wirklich schaffen würde würde dann ähm ich dachte mir um 14 Uhr allerdings ist mir gerade aufgefallen das ist unsymmetrisch äh 12 Uhr kommen so äh was heißt das ist unsymmetrisch das ist ganz leicht erklärt und zwar ähm ähm habe ich es gern äh ja mit Struktur und Ordnung das merkt man zwar bei mir gar nicht eigentlich aber wenn jetzt das eine drei Stunden vom Hauptprojekt entfernt ist und das andere eine Stunde vom Hauptprojekt entfernt ist dann passt da einfach irgendwas meiner Meinung nach nicht und deswegen werde ich ähm dann das dritte Projekt um 12 Uhr und nicht um 14 Uhr machen das werde ich dann auch noch in meiner Kanalinfo entern wahrscheinlich jetzt dann gleich wenn ich das wenn ich hier ein bisschen gespielt habe komm Motor Job Log Start Bauer Feuerwehr und ab geht's Licht so ähm ja ähm auch was ich auch machen könnte wenn ihr selber auf dem Server spielt würde ich mich auch äh mich darüber freuen wenn ihr äh ja mich einfach mal anschreibt auf dem Server ähm ja auch in der Wirklichkeit für alle diesmal wollen in das Video zu kommen einfach mal anschreiben und ja vielleicht habt ihr dann gleich äh spontan eine Idee äh was ich in das Video bringen könnte vielleicht auch mit euch ja also das hatte ich jetzt schon letztes äh ja ich sag mal Staffel 1 kann ich sagen ähm gemacht ähm wo ähm ich weiß leider wie ein Spieler Spieler heißt ach das ist ärgerlich ähm also da bin ich ja auch ab und zu mal mit dem wohin gegangen Helikopter geflogen und so ja das war auch ganz äh lustig und ich muss kurz wirken und ich muss kurz wirken und ich muss kurz wirken ja da bin ich wieder und zwar ähm ja hab ich Allergie und musste grad niesen ähm also ich hoffe meistens Allergie und keine Anhaltung aber ich schätze Allergie ähm gut dann ja wie gesagt einfach mal die mich anschreiben ähm ich mach auch dann gerne was mit den Leuten die mich anschreiben ähm was weiß ich irgendwie mal der Runde durch die Stadt fahren oder so oder ja irgendwas oder das wird meine Aktion zeigen auf den Server die ich noch nicht kenne noch nicht in dem Video gezeigt habe da wäre auf jeden Fall eine Mäßigkeit von euch und wie gesagt auch eine Möglichkeit für die die mal in ein Video wollen in ein Video zu kommen ähm ja für die die sich jetzt denken okay ähm wenn ich hier Abonnenten auf den Server treffen will dann soll ich das auf einen Abonnententreff machen das wäre für alle gut ähm die müssen sich die müssen dann nicht hier grad Glück haben wenn ich online bin ähm ja das werde ich aus dem Grund nicht machen da ich einfach viel zu wenig Abonnenten habe ähm beziehungsweise viel zu wenig aktive Abonnenten das heißt wenn ich ein äh Abonnententreff machen würde dann würde ich mit einem bis zwei Leuten rechnen und das ist mir ähm zu wenig ne also da ist dann wahrscheinlich auch die Chance höher mit dem ich einfach mal so privat während ich gerade aufnehmen als ich werde ähm nur spielen wenn ich aufnehmen außer ich bin dann am Job und dann halt wirklich nur ausschließend am Job am Job ähm ja da ist dann schon die Chance höher ähm mich zu treffen als dann immer auf einen Abonnenten zu warten sobald ich dann ja mal mehr ähm aktive Spieler habe sagen wir mal ähm ja fünf bis zehn Leute die kommen würden dann ja auf jeden Fall ähm ne hätte ich überhaupt nichts dagegen aber wenn es das echt nur ein paar Leute sind dann ne ist das etwas wenig Sekunde beziehungsweise das so ja die währende fünf Minuten Regel ziemlich nervig aber dann muss ich halt durch dauert ja auch nicht so lang Gut, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, worüber ich reden konnte Ich denke, ich habe alles gesagt Dann Hm, was kann ich hier noch sagen Mir stimmt, mir fällt jetzt wirklich nicht mehr ein Also Ähm, hoffe, euch hat das Video gefallen Ich hoffe, euch gefällt auch wieder, dass ich das Projekt gemacht habe Ich habe jetzt auch öfter Ähm, öfter, was heißt öfter Einmal eine Anfrage bekommen, ich soll mal wieder Live-Age machen, ja Also, den Leuten, die Ja, mich auch hier wegen Abonniert haben, denen wird das auf jeden Fall gefallen Äh, ja, hoffe, euch hat euch jetzt Der Anfang hier der zweiten Staffel gefallen Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare Bis dann und tschö